hallo liebe leute herzlich willkommen zurück auf unserem kanal Tristan und Gito sind ja wieder am start wir spielen unser minecraft survival weiter wir stehen ja unschwer erkennbar vor unsere neuesten darungen kraft ein lagerhaus weil nur ein kleiner winziger keller unterm haus sich doch nicht wirklich eignet das ganze ist jetzt hier drei etage ich bin von außen sehen kann jederzeit modular erweiterbar ja und da wir beschlossen haben dass straßenlattern aus holz und fackeln scheiße aussehen haben wir uns heute vorgenommen in den nether whatever zu gehen um uns dann mal ein bisschen glowstone zu holen und daraus redstone lampen zu bauen so müssen wir uns erstmal einlegen ich nehme mal ein paar fackeln mit ne ich habe 64er stack fackeln dabei ich habe ein bisschen kohle dabei weiß aber gar nicht warum und ich habe ein stack dirt und stack cobblestone dabei ist müsste eigentlich reichen ja ja pfeil und boh wau 100 mal hat mich schluss auf kaputter bohren das bringt sehr voll ähm nochmal ich nehme noch hier noch ein paar sticks mit ein bisschen eisen äh eisen 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 hier äh so und dann jedem falls neue dinge erbauen zu können ich sag mal ne rüstung, die rüstung ist auch immer schön am arsch ähm ja und ich hole noch auch schon ein ding sondern meine copystone für welche bauten wieder machen und ein bisschen baut machen die rüstung ist auch immer so äh steine so also darfst du essen müssen dann mitnehmen ha äh dazu hungern wir dann noch ja jupi 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 essen, essen, essen war hier irgendwo das ist sehr ungewöhnlich wenn man jetzt das neues lagersystem irgendwie aneignen muss so das, das, das haben wir Feuerzeug brauchen Feuerzeug, ja, warte, ich hole das müsste bei Werkzeuge drin sein, wenn ich mich irre ne, Flint und Steel Crafting dann mach ich's ja, Feuerzeug nab nab so öh ich kann nicht Sachen anzünden hö, hö, höhö aau!! na mal aussehen bevor sie noch was abbrennt so wo hast denn dein es haben wir doch versiegelt hier hör hast du es wieder auf gebrochen ach hier Wir müssen, glaube ich, noch ein Stück weiter dahinter weghauen, ne? Ja, dann müssen wir da durchgehen. Nee, müssen wir eigentlich nicht. Habe ich jetzt aber so. Wow. Bist du bereit? Tschüss. Tschüss, ich warte hier auf dich. Leckeser. Machen wir auch mal da rein. Boah, wabbel, wabbel, wabbel. Uns rum brennt natürlich alles. Das ist normal. Wir sind irgendwo in irgendeiner Höhle. Da oben geht's raus. Warte, ich hole mal das Feuer erstmal aus hier. Weil es ja nie was einem so... Aber hier geht's auch weiter. Ist das ganz schön dunkel hier drin, du? Ja. Oh, ich war schon Gast. Ja, ich auch. Alter, Vater, da ist es dunkel hier. Geht's nicht weiter. Ähm. Da hinten ging's sonst weiter, glaube ich. Äh, rechts. Warte, ich hole mal hier ein bisschen... Aber hier ist auch wieder... Warte. Ah, ich hab den Ausgang gefunden. Und wir sind, äh, Jan. Superort. Großartig. Ich bin begeistert. Ähm. Äh. Da unten werden nicht mal die Chunks geladen. Bei mir schon, aber... Sollen wir da runterkommen? Ähm. Da buddeln geht nicht. Wir sind auf der höchsten Ebene. Da kommt nix mehr unter uns. Chunks. Laden. Ja. An der Gas nervt. Rausbuddeln. Weiß ich nicht. Müssen wir ja irgendwie mal hier... Ich muss mal ein bisschen Licht machen hier. Ja, ich würde sagen, wir buddeln uns hier mal irgendwie... Hier oben lang. Äh. Also, dann gehen die so schnell weg, die Dinger hier. Ja. Ah, hier ist Bedrock. Oh, okay. Wir sind ganz oben. Ah, was... Was... Ein scheiß Ort, ey. Das sind... Ich glaube, ungünstiger kann man im Lettter nicht spawnen, oder? Äh. So echt. Irgendwie runter buddeln. Ja. Ja, da ist schon... Ende. Ja, ich seh das schon. Buddeln liegt auch in die Richtung hier. Alter, ich seh überhaupt nix hier drin. So nicht. So fucking finster. Ja, da ist auch schon wieder Boden. Ja, hier ist auch wieder Abgrund. Ich komme hier runter. Ach, wie schnell das hier... Alter. Ja, das geht fix. Ja, mit so einer Fischensie-Spitzhacke ist das... Nee, das geht auch bei meiner Eisenspitzhacke genauso schnell. Das ist ein Schlag dagegen und ist weg. Was denn hier? Hier wollen wir uns jetzt lang. Aber wenn ich ein Schlag mache, sind so drei Dinger weg. Zum Glück hat mir so viel Licht mitgenommen, ey. Okay, da ist auch schon wieder Schluss. Alter, was ist denn da für eine Scheiße hier? Ah. Buddelt jetzt hier rein. Oh, Licht. Nachher ganz viele Kamine bauen. Ich habe schon zwei 64er Stacks. Da ist noch so wieder der Ende Kommen wir denn hier runter Alter, wie ist das so scheiße, Respawn Warte mal, ich geh mal kurz gucken, ob es irgendwo einen Weg runter gibt Ne, gibt's nicht Wir sind in der Decke Was ist das denn? Hast du das Creative angemacht, oder was? Ja, ich bin nur unten lang geflogen, um zu gucken, ob wir irgendwo runter kommen können Oh, Alter Wir sind in der Decke Das habe ich auch nicht erlebt, sowas Jetzt habe ich den Weg verloren, wo ich runtergekommen bin Ah, da Ja, was machen wir jetzt? Tatsächlich in der Decke drin Das habe ich nicht erlebt Ich gehe zurück, wir bauen ein neues Portal Oh, und hier ist es natürlich wieder Super So, ich bringe dann den ganzen scheiß Netherstone weg hier Ja Das war hier hinten, glaube ich, habe ich irgendwo ein Schild gemacht Ja, hier Ja, hier Grenzt von mir durch den Boden Gut So, wenn wir mit was fressen gehen hier Von mir Hüft hoch im Boden versuchen Boden Ähm, Obsidian Neck Ähm, ich gehe mir mal da hinten zu meiner Mine hin Da ist auch noch Platz für ein Portal Da ist auch noch Platz für ein Portal So Ähm Ja, wo bauen wir das hin? Hier hinten Oh, warte mal Jo, da ist noch Platz Wupp So Ähm Zack Mach mal Den da weg Und den da weg So Zünd an den Scheiß Auf auf Ist das Getümmel Ich habe die Befürchtung Ja, wir sind Gnode like a spot Nein Fuck Hast du dir schon mal geguckt? Wir sind in der Decke Ne Müsste ich jetzt auf Creative umstellen In der Decke drinnen Mein Gott, ey Was ist das für eine Scheiße hier? Und runterbauen geht nicht, oder? Ne Wir sind Wirklich komplett in der Decke Hier ist weit und breit Sehr, sehr wenig Wo wir uns hätten runterbauen können Aber war es nicht so Dass wenn du ein zweites Portal immer baust Dass du Auch ein zweites im Nether erschaffen wird? Weiß es nicht Feinbar ja nicht Mal gucken mal, wenn ich jetzt wieder rauskomme Ja Ah, jetzt geht's In deinen komme ich wieder raus Wird das schlecht abreißen? Ja, dann machen wir das mal Ja, Creative Modus Wichser Verhalten Sonst können wir die ja wirklich im Theater wegschlagen Ja, dann weiß ich, wozu wir die nochmal brauchen Ach, kein Bock mehr So, damit du zufrieden bist So, versiegelt Nochmal da hinten hinrennen Aber ich Jetzt kommen wir garantiert wieder beim anderen raus Fertig mit dir Ja, müssen wir das wahrscheinlich auch nochmal abreißen Und neu bauen Also reiß doch jetzt ein Stück weg Und dann Ich hab ja doch Du hast ja auch noch Dinger da Ja Und direkt eins wieder hin Also machst du erstmal kaputt Vielleicht geht's dann Kann sich nur um Stunden handeln Dann müssen wir da immer ordentlich in den Wasser kommen Einmal einen Schluck getrunken So Dad steht Lass mich auch rein Natürlich Natürlich, ja Was ist denn, wenn wir Das jetzt hier abreißen? Wollen wir nicht mehr zurück? Ja Warte mal Bevor ich jetzt ewig rumnele Einfach Slash Home eingeben Dann bist du wieder bei deinem Bett Oh ja, Regen Schön, die FPS nach unten Ich hab 60 Gehst du mit Shadern? Nein Ja, siehst du Aber mit Shadern hatte ich auch 40 oder so Naja Ja, das haben wir sowieso schon festgestellt Dass du mit Shadern irgendwie wesentlich mehr FPS hast als ich Vielleicht daran, dass man die Grafik an einem Stück besser ist Naja Geht so, ne? Mein Prozessor ist auch etwas besser als deine Ja, aber bei Battlefield leckt das komischerweise überhaupt nicht Also Naja So, wenn ich jetzt nochmal da reingehe Müsste er prinzipiell ein neues Portal bauen im Messer Und ja, ich bin irgendwo anders Oh Gott, ist das Dunkel hier Ja, wahrscheinlich auch wieder in der Decke Hier ist nämlich auch schon wieder kein Ausgang Hier ist Bad Rock Entweder sind wir jetzt ganz oben oder ganz unten Ist das Bad Rock oben oder unter dir? Dann müssten wir ganz unten sein Ja Yes What the fuck? What the fuck? Was den Feist, Amsterdam? Shojeet Não etwas st First 2h0 2h0 3h0 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 Zu fast! Mach ihn tot! Der hat es rum bitte! Aua! Probier es, schießt nicht jemand in den Tausch vor. Ich liebe euch! Er hat dich geschossen! Er hat dich geschossen! Ich hab dich geschossen, ja!